Ja, 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 ja! m der Mann ich hätte mir nicht gern Muschischlein gekürzt war das lecker ich weiß es ich war dabei wo du dir in das Gesicht reingeschmiert hast du bist richtig geld hast du recht alle sind zwei stücke holt geht doch oder und den hol ich doch auch noch nicht sehen an direkt und weiß dass ich tot bin das sehe ich aber jetzt ist er ja eigentlich immer noch da drinnen die schlucken verschluckt er schlurde hat einen kleinen weg diesen kleinen schwanzweg hinter dir gefällt mir 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 machst du gleich wieder eine aufgabe ich nehme gerade auf ihr könnt euch alle linken hat mich aus dem weg genommen wieder mich weg kämpft der Kölner und alle sie anzunehmen dann ist es nicht so wie schlecht bin ich denn in richtigen wie kann man nur so widerlich spielen wie kann man da er ja auch nicht mehr die können wir waren geholt mal dessen sind und das denn es ist ja so was sie in der verpflegten schlucken m nur noch einmal von hinten weitergeschäftigung zu sagen ich bin der mutter er wird wird alle denn wir haben die jahre die erledigen die er hat er als erheblich umrätig erhältlich voll auf dem haupten mit dem schluckern der größe du kannst es nicht vermeiden du Rage, das kann man nicht man kann es nie vermeiden hey dead guys dead guys ich habe schon zu laut geschenkt okay ich lasse sie gleich richtig aus man ich habe den einen einfach noch gekriegt das war eine gute Idee die 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 den Rage ist aber keine schlimmen Besser, so sagen weißt du. Das ist das Video auf 8. Natürlich! Ey, bitte hört doch auf. Okay, ich hör auf, schluss. Rage ist doch mal auf, als er so doll ranzugehen. Ey, wieso denn? Das möchte ich immer gern. Ey, wir schluss! Hör doch auf, mein Gott, Alter. Ist das zu hart für mich, oder? Ist das zu hart für mich? Soll ich auf die Weiche kümmern? Äh, wir da oben fümmelt, Alter. Guck mal, ich hab noch nicht. Oh, ne, auch nicht. Ihr seid alle so schlecht. Talalala. Genauso wie du, drei, lalala. Hey, Paki, ist alles deutsch im Zimmer. Und Paki, ist alle drei, ist im Gegenteil. Ah, alles klar. Ah, muss weiter aufgetan. Jo, best player EU. Sind alle in der Mitte, was machen die alle in der Mitte? Mann, Alter, der eine will mitten in der Punkt in der Erde sein, Alter. So ne richtige... Ne. Er schneilt mich, Alter. Bist du nicht. Ey, wird das alles nachher zündiert? Ja, natürlich. Ey, was laberst du klar? Nö. Du musst auch so gerne stellen, sie in der AGB und so. Nö. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Weil Video wurde runtergenommen, weil ich schlimme Wetter gesagt habe. Eh nicht. Lali-Lali-Pop, Lali-Pop, Lali-Pop, Lali-Pop. Das bedeutet... Das bedeutet... ...dass ich... ...manchmal... ...mit der Kamera... ...aufnehmen werde... ...das war gestört. Das war gestört. Aber ich habe leider fest... Ey, welches Video kommt dann heute erst online? Äh... ...äh... 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 ...cooler Witz. Ey, Leute, ich bin da mal offline, ne? Ja, weiß ja nicht. Muss ja erstmal alles machen. Jo, danke, englisch, Alter. Jetzt haben wir uns in Ruhe. Jo, ciao. Halt dein Maul. Wir vermissen dich nicht, wir vermissen dich nicht. Ah... Das flaggt mir alles in dein Video! 氏ha Nein, mein Mann, mein Nagz, das hängt bis zufrieden. Ja, nein, ja, tschau. Ja, tschau. Gute Nacht. So. Good night, and good friends, and good morning again, FLEEEETZT! Mein Gott. Wie hat er gedacht? Ich komm, das ist okay? Okay Leute, das wär's dann jetzt auch mit diesem Video. Gebt nen Daumen nach oben und Schöre, Leute! Tschüs! Nice! Warum gehen jetzt alle auf einmal offline? Haha, jetzt nehm ich nochmal auf und flanzen alle offline. Bis zum nächsten Mal.